Das beidseitige Lichtgitter sorgt mit 45 mm Strahlenabstand für höchsten Sach- und Personenschutz am Tor. Neu ist die Auswertung jedes einzelnen Lichtstrahles, um eine detailliertere Fehleranalyse durchführen zu können. Wird in der Torzufahrt ein Hindernis erkannt, wird der Torlauf sanft gestoppt und damit wird der Verschleiß in der gesamten Toranlage reduziert und die Lebensdauer verlängert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017